Yo, Leute, willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Heute mal wieder mit Smiley und wir spielen ein neues Format, welches ich genannt habe, abräumen oder rumheulen. Das heißt, es gibt heute zwei Sachen. Entweder ein Geschenk sozusagen, ein Präsent, sowas wie zum Beispiel 50 Euro Amazon-Gutscheinkarte. Nehmen geht nicht, ne? Das ist Schicksalentscheid, wie ihr was bekommt. Oder etwas an Bestrafungen. Ich habe allerdings einen Freund mitgebracht. Wie heißt der? Rudolf. Hello there. Rudolf, Rudolf. Richtig, der ist ja richtig Präsent. Richtig, richtig. Der ist fame-guy, ne? Ja, guck, wirklich. Der hat das unbeleidig für das Video, Riga. Wir sehen, ja. Der hat gestern Abend gesagt, Bruder, nimm mich mit. Okay, ja, ich würde sagen, wir starten das Spiel und bevor wir starten, vergesst natürlich nicht, den Kanal Kostschluss zu abonnieren. Jetzt. Auf den roten Button klicken. Wenn du noch rot bist, klick jetzt. Aber ziehen wir? Ne, wir haben zwei Kuppeln. Achso, okay. Also wir entscheiden uns einfach spontan. Wir dürfen sie aber nicht anheben, würde ich sagen. Ich habe echt geile Sachen eingekauft. Ich hoffe. Okay. Okay, die sind schon im Bild. Ähm, wenn ich schnicka schnacki schnucki mache. Schnicki schnacki schnucki. Schnicki schnacki schnucki. Ah. Okay, entscheide du als Erster, welches du haben möchtest. Mein Freundchen. Okay, mach du zuerst auf. Oh. Ich glaube, das ist ein Gewinn. Ich glaube auch. Ich glaube, dann habe ich wohl wahrscheinlich eher etwas. Das ist ja okay. Ist gesund, oder? Ist gesund. Besser als das hier. Ich bin gesund. Ich habe mal. Du hast dich ja auch sauer. Das ist aber viel sauerer und ich hasse sauer, Alter. Wenn ich das schon sehe und das saure esse, dann wird das hier irgendwie noch sauerer. Oh. Es hat richtig reingespürzt gerade, mein Mund. Wow. Warte mal kurz, was passiert da? Falko, wie denn führt er? Was immer heißt, in dieser Kamera passiert. Die Leute sehen das gerade. Ja, Mann, das ist traurig. Wie, was ist das denn? Das war im Angebot, gell? Ah, ihr macht lieber. Du darfst ausrufen, ne? Ähm. Dann nehme ich das, glaube ich, wenn was dransteht, Alter. Ich nehme das. Ach, Philippe. Oh, nein, es ist ein Popsocket. Geil, ich habe kein Popsocket mehr. Du möchtest den gerne haben. Was war das für eine irritierende Sache? Du schiebst das so zu mir? Jetzt mach das noch klar. Ich habe genau diesen Philippe erwartet, dass er genau so macht. Okay, egal, egal. Kannst du mir einen Löffel geben? Ich esse den ganzen Löffel von diesem Sushi Ginger. Magst du doch eigentlich? Also ich mag irgendwann frisch, gell? Aber dieses komische vom Sushi, das ist meistens so, es schmeckt nach Seife, gell? Das schmeckt einfach nicht natürlich. Nee. Ich weiß nicht, wie man das einlegt. Vielleicht auch einfach in Seife. Obwohl, es riecht okay eigentlich, Alter. Okay, Leute. Danke für diese Bestrafung, ey. Scheint zu schmecken. Also, ich bin bisher zufrieden. Der Mund riecht irgendwie nach Saunaaufguss, Alter. Ich trinke Saunaaufguss gelegentlich. Mega geil, Alter. Jetzt entscheidest du, ja. Das bringt nichts, dieses Ranschieben. Haha, ja, Mann. Ich würde sagen, ich suche mir die Stelle aus. Wie du. Ja, weil das ist die Regel. Ich würde sagen, es ist hier, gell? Oh, ein schönes Karten. Ah, schlau, Mann. Und ich habe als Gewinn. Oh, ein kleiner Feigling. Eine schöne kleine Feigling-Box. Soll ich dir helfen, das aufzusetzen? Wahrscheinlich aufsetzen. Ein bisschen höher. Hier. Huch. Ja, Leute. So sieht es aus. Very gut. Schön, schönes Tattoo übrigens. Danke. Toll. Was ist das? Eine Wurzel? Nee, ein Baum. Darf ich es wegmachen? Warte kurz, wir warten kurz. Ach so. Ich muss überprüfen, ob das gut klingt. Mhm. Okay, ich ziehe ab, oder? Nein, ich bin selber. Ich ziehe ab. Ich mache, dann zieh mit schnell weg. Ich wollte, dass du leidest. Deswegen wollte ich langsam machen. Okay, der Bank schnell. Ha! Geht so, ne? Hier ist... Das hast du gar nicht wehgetan, oder was? Also, ich habe Haare hier dran, auf jeden Fall. Nehmen. Digga, es klebt so sehr. Ah, der hat ja noch einen, oder? Was heißt denn das jetzt? Nein, nein, nein. Einer. Hat dir Spaß gemacht, ne? Mega geil. Ich habe mehr erwartet, die Hoffnung war groß, dass du mehr leidest, aber... Die Regeln sind Regeln, ja. Ich bin halt hart im Nehmen. Machen wir weiter. Oh, nee, Digga, mein ganzer Arm klebt überall dran, wenn ich meinen Arm so wollte, klebt mein Unterarm an meinem Oberarm. Die Frage ist, vertraue ich ihm dieses Mal, oder vertraue ich ihm nicht? Ich glaube, ich vertraue mal. Okay. Das letzte Mal, ich habe das gelohnt. Mach. Drei, zwei, eins. Nein. Nein. Geil, neues Playstation-Spiel. Street Fighter 5. Man hätte den Preis abnehmen sollen, dann hätte er gedacht, dass es teuer war, gell? Aber 20 Euro ist auch schon teuer. Nein. Der Vegetarier hat natürlich Hundefutter bekommen. Wahrscheinlich vegetarisch, oder? Ach, der ist das nicht. Da ist kein Fleisch drin. Nein. Wahrscheinlich ist da kein Fleisch drin. Ich gebe mir ganz kurz das Wachs von meinem Arm abwaschen, ja? Boah, Bruder, das riecht so chemisch. Wieso zutüben wir das dann, Philippe? Du sagst, du willst es auch so mal wieder. Ja. Du hast es auch schon entschieden, oder? Ja, du hast es auch selbst entschieden. Das ist Rimmersch... Guckt euch das an, Leute. Ich will wissen, was du hast. 48%... Ja, ich kann mich zwei Street Fighters kaufen. Oder ich verlose das. Kann ich ein Schottler haben, wenigstens? Ich verlose das in meine Community, Leute, glaube ich. Leute, schreibt in die Kommentare, warum ihr das haben wollt, welche Spiele kaufen würdet. Und ich verlose das an euch. Aber vergesst nicht, eurem Instagram-Namen zuzuschreiben. Das kann ich euch nicht kontaktieren, weil YouTube-Kommentare... Ich mach auch mit. Ich hab dich schon längst blockiert auf meinem Kanal, also du kannst keine Kommentare schreiben. Dann mach ich mir neuer Kaut, du Arsch. Boah, 48% ist schon echt doll. Allein, dass wir das in den Tropfen rausbekommen, das ist kein gutes Zeichen, gell? Man sollte das nicht in großen Mengen trinken. Ich mach so, okay? Ein bisschen mehr geht noch. Ich hab Hundefutter gegessen gerade. Let's go. Ich muss kacken. Wo soll ich noch kurz Pause? Ja, wir machen Pause, sonst wirst du stressen die ganze Zeit. Du darfst nicht vor die Kamera laufen und eine Reaction machen. Gefährt's? Das war jetzt nicht drauf, sein Arsch war drauf, Alter. Ich krieg dich doch drauf. Ja, du könntest mal denken, dass du das gar nicht getrunken hast. Bruder. Singt doch ein kleines. Du hast bis jetzt echt gut abgeräumt. Ich hab eigentlich nur Feigling. Okay, du bist jetzt oder ich? Du. Dann nehm ich, glaub ich, diesmal das. Und du nehmst das. Du schuldest deinem Mitspieler 50 Euro. Nein. Nein. Och, Manno. Ja. Hier. Was soll ich sagen? Das Universum schlägt zurück, gell? Und ich habe... Brat. Der hat's doch wieder reingemacht. Der hat alle so zusammengefälte. Das ist eine Wasserpistole. Das ist eine Wasserpistole. Die ist ja voll wack. Nein, das ist witzig, Alter. Was lauerst du? Wie geht denn das, ey? Ich find die geil, Alter. Die ist handlich. Die liegt voll gut in der Hand. Ja, die sieht voll süß aus. Okay, du bist ja wieder dran, glaub ich. Soweit ich weiß, bin ich nicht sicher. Du bist dran, glaub ich, gell? Das letzte Mal war es vertauscht. Das Gute war bei dir. Aber er hat ein anderes Systemlingchen, ne? Das ist wie bei diesem Spiel mit dem Würfel. Egal, komm. Ja? Oder? Sicher? Ne, ne. Du versuchst ja nicht zu manipulieren. Ich hab ja nichts davon. Ja! Also, was heißt ja? Das ist cool. Das ist cool. Wenn es mit YouTube nicht mehr läuft, ne? Wenn du so weiter Videos hochlegst, die du bis jetzt, kannst du Baggerfahrer werden. Oh Mann, das ist schon wieder bestrafen. Das kann doch nicht sein, Alter. Und ich habe... Oh nein! Bremen Fischsoße, Alter. Bam! Gönn dir. Ich hatte schon Hundefutter. Das geht doch nicht. Ja, was soll ich sagen? Guck mal, der hat voll dicke Fake, der Wagen. Heftig, Alter. Komm, ich mach dir in den Mund. Weil du... Ich muss auch zwei Shots von der Scheiße da trinken. Ey, wieso bekomme ich jedes Mal Fischsoße? Das kann doch nicht sein. Aber die riecht gar nicht so schlimm. Ich hab gesehen, wie die zubereitet wird. Weißt du wie? Es werden monatelang so tote Fische liegen gelassen im Wasser. Und das, was dabei rauskommt, ist das. Das hast du verdient. Dafür, dass ich zwei Shots von dieser Bitter... Scheiße, trinken musste. Fischsoße begleitet uns echt für immer, ne? Mh! Ja, nicht. Ah! Ah! Boah! Boah, hoffentlich ist da Mundspülung drin bei Palina. Ich nehm das, glaub ich. Okay. Ja! Das war keine Manipulation. Was heißt das jetzt? Eure Mami heißt... Es gibt diese Katja Kassalze Box. Und da ist ein Artikel drin. Das ist ein Liberator. Du machst jetzt ein Bild damit, als würdest du ihn küssen. Und du machst das als Profilbild bei deinem WhatsApp. Wo auch Mama und Papa sind. Was? Ja! Auf gar keinen Fall! Meine Oma hat WhatsApp! Also so sieht das aus. Das ist schön, das ist rosa. Digga, meine Oma hat WhatsApp! Du machst so... Rot oder Rot. Hast du einen Schaden? Ja! Sieht auch wie Haktisch, Digga. Ja! Komm, ich mach das so. Ich schick dir das bei AdWord. Mal kurz... Portrait? Willst du Portrait, oder? Portrait, oder? So... Ist drauf. Ich schick dir... Du weißt, ich film das, dass du das reinmachst, gell? Süß siehst du aus, ey! So... Mhm... Schöne Bilder drauf. Geil, ey! Eine Woche lang löscht das drin, gell? Digga, ich seh gleich schon Nachrichten, die da reinkommen. Oh! Eine Meiner-Tasse! Oh mein Gott, die will ich haben! Geil, ey! Jetzt musste ich so einen Müll machen. Jetzt hab ich so ein Profilbild, alter! Ja, man muss auch gleich den mal supporten, oder? Du feierst sie doch eigentlich. Genau. Siehst du? Aber darf ich die Box jetzt auch behalten? Mit der Mütze? Ja, komm, das mal. Eigentlich war sie an Philippe. Das ist jetzt schade, Philippe. Ist ganz schön unbequem, da brauchst du dir trinken, alter. Machen wir weiter, ey! Du suchst es aus. Du suchst es aus. Buh! Mh, Wischi! Mh! Waaaas? Waaaas? Ich hasse das, Volk! Boah! Zitronengras! Einfach! Der Hauptgewinn! Mann, alter! Alle acht Harry Potter Filme! Nein, ich hab den Hauptgewinn! Das ist gesund! Stimmt, alter! Du hast alles bekommen! Was ist das? Was darf ich? Wie fährt's? Digga! Das hier, ne? No joke! Das hier hat mir so gefehlt zuhause! Ja, ich hätte das auch gerne, alter! Ich hab auch keine Harry Potter Collection! Hier! Großpreis! Ja! Hammer! Ich wollte den echt haben! Freunde, das hat Spaß gemacht! Es war cool! Es war gut! Ich kann mich nicht beschweren, ich hab heute bestimmt 100 Euro gespart! Gut für dich! Nette Abweichung auf jeden Fall, dass es nicht nur Essen gab als besprochen! Als Gewinn! Wenn ihr Bock habt auf weitere Teile von dieser Challenge, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben! Schreibt mir in die Kommentare, Vorschläge, was als Nächstes als Gewinn und als Bestrafung vorkommen sollte! Ansonsten vergesst natürlich nicht, den Kanal Kaushloch zu abonnieren! Da ist meine vorbeizuschauen, da gibt's bestimmt ein neues Video! Genau! Check diese Videos aus, die nicht eingeblendet werden! Und vergesst natürlich nicht, immer gut drauf zu bleiben! Und schön und gesund! Hammer! Tschüss! Das hast du verkackt! Ich hab's noch verkackt! Lauf rein, Freunde! Tschüssi! Dann stecken wir so gut drauf! Tschüss!